7 Konzerte musste Deutschlands größter Schlagerstar Helene Fischer wegen eines Infekts absagen. Obwohl sie noch nicht vollständig genesen ist, wagte sie sich in Wien auf die Bühne zurück. Facebook, Twitter, Google, E-Mail drucken Sängerin Helene Fischer während eines Konzerts in der Wiener Stadthalle. Facebook, Twitter, Google, E-Mail drucken Sängerin Helene Fischer während eines Konzerts in der Wiener Stadthalle.